Diese tolle Szene sorgt für Unbehagen. Eine Schwarze zählt Schwarze. In Frankreich gehört sich das nicht. Statistiken zur ethnischen Herkunft sind verboten. Der republikanische Universalismus erkennt nur abstrakt definierte, gleichberechtigte Bürger an. Heute wird das Prinzip von antirassistischen Aktivisten angefochten. Es sei zu abstrakt und vertusche die Realität. Und wenn man zeigen will, dass Schwarze in der Filmindustrie unterrepräsentiert sind, muss man sie eben zählen. Die französisch-kongolesische Philosophin Yalaki Sukhidi beschäftigt sich mit französischen Denkern und Kolonialgeschichte. In ihrem Buch stellt sie sich explizit als Schwarze Frau vor und fragt, wie lässt sich verhindern, dass die Herausstellung der Identitäten zur Rassifizierung des Diskurses oder zur Fragmentierung der Gesellschaft führt. Bedroht die Identität das Kollektiv? Yalaki Sukhidi Yalaki Sukhidi doziert an der Uni Pariwit. In ihrem Buch erzählt sie, wie sie zur Philosophie kam, eine aufregende und schmerzliche Entdeckung. Ich habe Philosophie gewählt, weil sie Emanzipation und Wahrheitsversprechen impliziert. Einen Überschuss an Utopie, der da lautet, wir werden den Menschen vielleicht vom Obskurantismus, von der Religion und von allen Machtformen befreien können, die den Geist unterdrücken und den Menschen bevormunden. Das ist die große und faszinierende Überzeugung der Aufklärung. Aber wenn sie sich dann konkret damit auseinandersetzen und ihnen klar wird, dass bei ihren geliebten Autoren Spuren einer gewissen Gewalt vorhanden sind, gegen die sie Tag für Tag kämpfen müssen, fragen sie sich, wofür habe ich mich da entschieden? Warum finde ich in diesem Bereich, in dem ein derartiges Wahrheitsversprechen liegt, die Dummheiten und die Gewalt wieder, denen ich eigentlich entgehen wollte? In der Schule finden die offen antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen von Diderot, Rousseau und Voltaire kaum eine Erwähnung. Wie wirkt sich ihre französisch-kongolesische Identität auf ihr politisches Denken aus? Ich weiß nicht, ob sie das tut. Fest steht aber, sobald man sich in einem besonderen Kontext befindet, wird man mit bestimmten Wörtern und Begriffen konfrontiert und muss damit ein Leben lang umgehen, egal was passiert. Ab dem Moment meiner Geburt prasselten diese Wörter auf mich ein. Wörter, die einen in den eigenen Lebensmöglichkeiten beschränken und zu denen man eine reflexive Beziehung aufbauen muss. Bei mir waren es Wörter wie schwarz oder auch frau und die immer wiederkehrende Frage nach meiner Nationalität. Man muss sich also zuerst fragen, was mache ich mit diesen Wörtern? Eine interessante Frage. Nicht etwa, weil sie einen dazu führt, sich selbst zu definieren und zu sagen, ich bin eine schwarze Frau. Sondern weil das, was wir letztlich aus diesen Wörtern machen, wie wir sie ablehnen, akzeptieren oder neu erfinden, unsere politischen Wunschvorstellungen für diese Welt widerspiegelt. In den Medien werden Antirassisten, die von Diskriminierungsopfern sprechen, oft beschuldigt, die Begriffe Rasse und Herkunft wieder zum Thema zu machen. Dabei lautet ein Hauptprinzip Frankreichs, dass es keine Rassen gibt. Wenn ich zu der Idee stehe, mein Wesen mit dem Wort schwarz zu versehen, dann nicht, weil ich dem rassistischen Diskurs verfallen bin, sondern weil ich die rassistische Vorstellung ablehne, dass Schwarzsein nichts sein bedeutet. Ich bin schwarz und ich bin jemand, eine Person. Diese subjektive Position, dieses Schwarzsein, demontiert jede Möglichkeit, einen rassistischen Diskurs zu produzieren oder zu nähren. Dieses, wenn Sie es so nennen wollen, identitäre Bekenntnis zum Schwarzsein ist in sich antirassistisch. Es bedeutet nicht, dass ich mich jeglicher Gemeinschaft mit Nichtschwarzen verschließe, sondern wer mit mir in Gemeinschaft sein will, muss von dem Prinzip ausgehen, dass ich nicht Nichts bin. Was bedeutet in Gemeinschaft sein? Was verbindet uns als Gesellschaft? Die Einheit der Republik, die Rassen, Geschlechter und Identitäten überwindet. Das war das universalistische Ziel der Französischen Revolution und der Erklärung der Menschenrechte von 1789, in der steht, dass alle Menschen von Geburt frei und gleich an Rechten sind. Wie sieht Yalaki Sukhidi diesen komplexen Begriff des Universellen? Der Begriff universell stammt aus dem Vokabular der Logik. Die Idee des Universellen bezieht sich auf eine Gesamtheit ohne Ausnahmen. Es gibt keine Ausnahmen. Das bedeutet logisch gesehen universell. Wenn man nun ethisch und politisch an den Begriff universell herangeht, und wir kommen später noch auf den Universalismus zu sprechen, dann geht man von der einfachen Idee aus, dass es eine Einheit der Menschheit gibt, unabhängig von der Vielfalt und der Gesamtheit der Unterschiede, aus denen sich diese Menschheit empirisch zusammensetzt. Vorrang hat die Einheit der Menschheit. Und da diese existiert, gibt es vielleicht auch eine Gesamtheit an universellen Werten, die für alle Menschen gelten, unabhängig von ihrer Kultur. Universalismus ist also eine Form des Humanismus. Der Mensch hat keinen Preis, sondern Würde. Diese Idee, nach der alle von Geburt an frei und gleich an Würde und Rechten sind, glauben manche heute bedroht durch die Betonung der Identitäten, vor allem der rassischen. Sie führe zu einer Reihe von Ismen, Kommunitarismus, Separatismus, Indigenismus und gefährde die Prinzipien der Republik. Dabei wurde das universalistische Ideal von Anfang an infrage gestellt, gleich nach der französischen Revolution, und zwar von rechts durch den Monarchisten Joseph de Maistre und von links durch Karl Marx. Aus unterschiedlichen Gründen kritisieren beide den abstrakten Charakter des universellen Menschen. Mehr dazu von Sophie Vanisch, Historikerin und Verfechterin des Universalismus. La 1re critique de l'universel, si on commence au XVIIIe siècle, c'est la critique de droite. L'homme abstrait n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré, il n'y a pas d'homme tout nu, il est tout de suite inscrit dans une civilisation, dans une singularité, donc finalement ça n'a pas de sens. Et il n'y a que d'un côté la volonté divine, la Providence, qui décide à quelle place hiérarchique sont chacun des hommes, et il faut respecter cette décision de la tradition providentielle. Donc il y a une critique qui est une critique réactionnaire classique, qui veut maintenir l'Ancien Régime, et qui prend argument de l'abstraction de l'homme de la déclaration des droits. Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Mais du côté gauche, c'est une tradition assez ancienne, parce qu'en fait c'est Marx qui est le premier, critiquant la Révolution qu'il considère comme bourgeoise, c'est-à-dire il considère que, puisque la bourgeoisie l'a emporté, la Révolution est bourgeoise, il considère que les droits sont en fait des objets idéologiques, qui viennent camoufler la réalité materielle. Et cette critique-là, elle est fondamentale aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui irrigue vraiment la gauche radicale. Il s'agit d'un universitaire, mais inquiet. Il s'agit d'un universitaire. Deuxième, c'est-à-dire entre les modalités des désignées comme étathes. Humanitait est si évangile de peuands de accepted pouvoir, et qu'on le voit vraiment si prévu qu'on on parle en entre les objectifs. La différence de à deitat est un riche simple. Il existe dans l'un universitaire. Et c'est pas qu'un exemple ambitante. Il existe pour stare au niveau de la population, et par exemple d'identité neighbor comme ça. mit festen, determinierenden Kriterien bezieht. Doch Identität-Denken bedeutet nicht unbedingt Determinismus. Es kann sich einfach auf die eigene persönliche Geschichte beziehen. Wer seid ihr? Ihr habt keine Antwort auf meine beiden Passporten, kongolais und franzais. Ich bin ein Kongolais, wie der große Poet kongolais Chukaya Utamsi dir sagt. Ich bin ein Binational, um zu kongolais in der Zeit. In 1530 Jahren der Kreation des Colleges de France, ich würde sagen, des Colleges Royals, ich habe nicht als Mensch existiert. Ich war noch ein Kaptiv. Und in Sénégambi, zum Beispiel, ein Cheval valet von 6 bis 8 Esclaves Noirs. Sicherlich gibt es innerhalb der Minderheiten sehr heftige, identitäre, defensive und ausgrenzende Positionen. Aber die gibt es im gesamten politischen Spektrum. Schwer verständlich hingegen finde ich die Behauptung, dass eine Auseinandersetzung mit der Identität zwangsläufig den republikanischen Pakt gefährdet und somit den Untergang der Republik bedeutet. Nehmen wir das Beispiel Antirassismus. Was sagen uns die Antirassisten? Doch nur, dass es Individuen gibt, die sich entweder aufgrund ihrer Merkmale vom republikanischen Pakt ausgeschlossen fühlen können oder tatsächlich von ihm ausgeschlossen sind. Die antirassistische Forderung lautet somit, wir wollen wieder in den republikanischen Pakt aufgenommen werden. Nehmen wir den Begriff Rassifizierung. Da könnte man natürlich sagen, rassifizierte Menschen bestärken ihre Identität mithilfe komplett hinfälliger Rassenkriterien und behaupten dann, sie seien antirassistisch, obwohl sie Rassisten sind. Man kann Rassifizierung aber auch als den Prozess verstehen, durch den man von anderen als Angehörige einer rassischen Minderheit wahrgenommen wird. Und dann bedeutet rassifiziert, vom Universellen ausgeschlossen zu sein. Wer sich als rassifiziert bezeichnet, fordert seine Wiedereingliederung in den republikanischen Pakt oder zumindest in den Universalismus und möchte auch Teil des Universellen sein. Yalaki Sukhidi zeigt, das Ideal des Universellen wird durch das Bekenntnis zur Identität insbesondere der Schwarzen nicht gefährdet. Sie bezieht sich auf die Negritude, eine literarisch-politische Strömung der Dreißiger und ihre Vordenker, Aimé Césaire und Leopold Cédard-Sangor. Eines ist mir sehr wichtig. Alle Denker der Negritude sind Denker des Universalismus. Zum Beispiel Sangor. Die Negritude hat bei ihm zwei Bedeutungen. Eine subjektive, geprägt durch das Verständnis der historischen Umstände jener schwarzen Frauen und Männer, die Sklaverei und Kolonisation ertragen mussten, und eine objektive, denn die Negritude definiert auch die Gesamtheit der schwarzen Werte. Das ist die Negritude. Sangor stellt fest, dass die Kolonisation eine ontologische und axiologische Negation des Schwarzen vorgenommen hat. Das heißt, die koloniale Welt war der Ansicht, dass Schwarzsein, Nichtssein bedeutete. Da haben wir die ontologische Negation. Und dass auch die Werte des afrikanischen Kontinents oder der schwarzen Nichts sind. Es da unten Nichts gibt. Der drame der Afrika ist, dass der Afrika nicht genug in der Geschichte ist. Wie kämpft man gegen diese Negation, die einen zu einem Nichts macht, und alle Errungenschaften, die ganze Kultur zu etwas Minderwertigem, mit dem man nicht mal eine Zivilisation aufbauen kann? Nun, man steht zu seiner Negritude. Und um es mit Sangor zu sagen, zu der Tatsache, dass auch die schwarze Welt zum Universellen beigetragen hat. Wenn Sangor oder Césaire zu ihrer schwarzen Identität stehen, dann ist das kein Separatismus, keine zerstörerische Absicht, sondern eine Art und Weise zu sagen, auch wir haben mit allem, was wir sind, zum Reichtum und zur Vielfalt der Menschheit beigetragen. Diese These hat einen Namen. Universalismus der Unterschiede. Alle Unterschiede haben etwas zur Welt beigetragen. Jetzt könnte man sagen, damit ist das Problem aber nicht geregelt. Denn es bedeutet ja, dass die Menschheit aus vielen kleinen Inseln besteht, die nicht miteinander kommunizieren. Die schwarze oder afrikanische Welt auf der einen Seite, die asiatische auf der anderen und dann noch die europäische. Das wird doch nichts. All diese kleinen, voneinander abgeschotteten Inseln, kleine Provinzen, die nicht miteinander kommunizieren. Doch hier müssen wir noch einmal Sangor lesen. Denn der Universalismus der Unterschiede ist nicht seine einzige These. Es gibt noch ein weiteres wichtiges Prinzip bei ihm. Die Metissage, die Verschmelzung. Wir begegnen uns unweigerlich und dadurch verändern wir uns gegenseitig. La Negritude n'est pas fermetur sur soi, n'est pas racisme. La Negritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres Zivilisations. Car nous pensons que toute grande Zivilisation est métissage. Par enracinement dans son terroir et ouverture aux autres Zivilisations. Wenn Sangor also von einer universellen Zivilisation spricht, meint er zweierlei. Wir, die Schwarzen, haben dazu beigetragen. Und dieser Beitrag ist Ausdruck unserer Zugehörigkeit zur Menschheit. Einer Menschheit, die sich ständig am anderen bereichert und sich dadurch verändert. Das Prinzip der Negritude umfasst also sowohl das Bekenntnis zu unseren Unterschieden, welches für die Erklärung des Universellen unerlässlich ist, als auch die Idee, dass wir uns durch den Kontakt zu anderen ständig verändern und verwandeln. In der heutigen Debatte hingegen neigt man eher dazu zu sagen, du kannst nicht gleichzeitig behaupten, du seist schwarz und universalistisch. Die Strömung der Negritude bestand aber genau darin, aus der subjektiven schwarzen Haltung heraus einen neuen Universalismus zu ermöglichen und universelle Fehlannahmen auseinanderzunehmen und anzuprangern. Die Negritude ist nicht gegen das Universelle, sondern gegen universelle Fehlannahmen von Weißen für Weiße. Das gilt auch für die Denker des Postkolonialismus. Sie kritisieren, wie der angeblich universalistische Westen die Gleichheit und Freiheit der Kolonisierten mit Füßen trat. Das Bekenntnis zum Universellen schützt nicht davor, andere weiterhin von diesem Universellen auszuschließen. Die postkoloniale Kritik war ursprünglich eine Denkrichtung der vergleichenden Literaturwissenschaft und bildete sich Ende der 70er Jahre heraus, vor allem nach Erscheinen des extrem wichtigen Werks Orientalismus von Edward Said. Die postkolonialen Denker hinterfragten die sogenannte westliche Modernität und die Art und Weise, wie diese unter Einfluss der Kolonialgeschichte das Andere erschuf. Das orientalische Andere, das afrikanische Andere, das nicht europäische Andere. Der Kolonialismus hat Teile der Menschheit ausgeschlossen. Nicht alle Kolonisierten wurden in die große Familie der Menschheit aufgenommen. Eine der Hauptkritiken am Universalismus, die auch die postkolonialen Denker äußern, ist folgende. Es handelt sich gar nicht um einen echten Universalismus, sondern um einen versteckten Partikularismus. Das heißt, ich als europäisches Individuum trage die universelle Bestimmung für die ganze Welt in mir und kann somit dem Rest der Menschheit meine Sichtweise vorschreiben. Der Postkolonialismus mahnt an, dass Frankreich nicht gegen seine universellen Prinzipien kolonisierte, sondern im Namen seiner zivilisatorischen Mission. Universalismus, Aufklärung und Vernunft als Instrumente der Eroberung, als Ideologie im Dienst der europäischen Überlegenheit. Die Kolonisation ist zwar vorbei, doch die Dekolonialisten sagen, sie prägt bis heute unsere Gesellschaft, Wirtschaft, Mentalität und Kenntnisse. So ist es sehr eurozentrisch, wenn Schüler lernen, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, einen bewohnten Kontinent. Die Dekolonialisten wollen zeigen, dass Europa nicht der Mittelpunkt der Welt ist und dass es auch nicht europäisches, nicht weißes Wissen gibt. Der bedeutende Dekolonialist Walter Mignolo spricht von epistemischem Ungehorsam. Das klingt kompliziert, ist aber einfach. Lasst uns ungehorsam üben im Bereich des Wissens und uns befreien von bestimmten Autoren, die wir trotzdem immer noch schätzen dürfen. Es geht hier nicht um Bücherverbrennung. Lasst uns den Mut haben, uns anderen Arten des Wissens zuzuwenden, die oft verleugnet oder abgewertet wurden. So werden wir vielleicht begreifen, dass es möglich ist, die Welt anders zu denken. Identität ist nicht gleichzusetzen mit Abschottung, Rassifizierung oder Separatismus. Die nicht-weiße Kritik am Universalismus betrifft nicht das Ideal von Freiheit und Gleichheit für alle, sondern einen missbräuchlichen Republikanismus mit dem Ziel der Assimilation und Vertuschung realer Unterschiede. Zu entscheiden gilt es sich also nicht zwischen Universalismus und Partikularismus, sondern den universellen Fehlernamen des Westens und der universellen Offenheit für die Einzigartigkeit. Die Quellenangaben findet ihr in der Beschreibung und wir haben noch mehr offene Ideen für euch. Bis bald!